Du bist auch bloß so schön, weil ich so bsuffer bin. So heißt der Song von dem Duo den Second Hand Boys aus der Nähe von Straubing. Sie wollen damit einen neuen Volksfest-Hit landen. Und wir haben den Song schon mal auf dem goldbunden Volksfest in Straubing getestet. Mit ihrem Song treffen die Second Hand Boys scheinbar den Geschmack der Volksfest-Besucher, sogar den der weiblichen. Der war super. Das ist das Leben. Ich hab ihn schön gefunden. Ganz spontan und lustig. Die Second Hand Boys, das sind Chris und Ron. Ihr Song, Du bist doch auch bloß so schön, weil ich so bsuffer bin, entstand schon 2008. Jetzt soll richtig durchgestartet werden. Wir haben die Gabe, dass so Sachen, die wir erlebt haben, oder die, wo man meint, das so abspülen könnte, oder vom Hörensagen das und wir das dann immer in irgendwelche Lieder verpassen. Was man halt so aufschnappt. Und versuchen da halt irgendwie dann einen lustigen Text und eine lustige Musik dazu zu machen. Vielleicht kommt der Hit aber auch deshalb so gut an, weil er irgendwie aus dem Leben gegriffen ist. Oder die Herren? Schön saufen geht's bei dir nicht. Zwölf machst du vertragen nicht. Bevor ich da noch länger bleib, da geh ich gleich ins Bett. Eine Nacht mit dir ganz allein. Freilich im Rausch sind alle Weiberschäge. Also kommt drauf, wie viel das trinkst, ne? Einmal. Schauen Sie an, wie alt ich bin, dann wissen Sie, wie oft das schon passiert ist. Dazu möchte ich nichts sagen. Ja gut, manchmal ist keine Antwort ja auch eine Antwort. Und wer weiß, vielleicht wird der Song ja sogar der nächste Wiesenhitz. Auf YouTube hat das neue Video schon über 40.000 Klicks. Ich lerfe gern die Leute, die das zum Volksfest nicht machen. Ob Galbon oder Wiesen, das ist uns egal. Wir haben zwei Alternativversionen. Wenn sie uns am Galbon-Volksfest nicht wollen, dann gehen wir auf Minger. Bei unserem Test konnte man durchaus Potenzial erkennen. Du bist doch auch bloß so schön, weil ich so zu verbinden. Jawohl, danke. Das war's schon wieder mit dem Blitzlicht für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Wenn Sie es noch mal sehen wollen unter tvaktuell.com in unserer Mediathek können Sie es gerne noch mal anschauen. Ich würde mal schauen, wenn man hier auch neuro defence wird. Das war's schon várias. Ja, dau und viel editorial. Die Ganze ist eigentlich eben bei mir angeht und nirrt aber nicht sehr gut. Vielen Dank.